Hallo! Wir wollen mal wieder gemeinsam mit euch in die Natur starten und ab sofort sind wir immer in Begleitung unterwegs, nämlich von ihr hier. Das hier ist Cookie. Die gehört jetzt mit zu unserer Familie und wir sind super glücklich, dass sie jetzt mit uns immer dabei ist. Wir haben sie aus dem Tierschutz, deswegen nicht wundern, haben wir jetzt auch gerade zwei Leinen noch. Das ist am Anfang ganz normal bei Tierschutzhunden, so zur Gewöhnungszeit. Da brauchst du es einfach noch. Das wird sich mit der Zeit dann ändern, das werdet ihr dann auch alles noch mitkriegen. Und wir sind jetzt auf jeden Fall super glücklich mit ihr immer die Natur unsicher zu machen und dann würde ich sagen, dann gehen wir auch mal los. Hier haben wir den Kiefernbraunporling. Manchmal wird er auch Nadelholzbraunporling genannt oder es gibt auch noch ein paar andere Namen für den. Das ist ein Pilz, den man doch hin und wieder mal findet in Wäldern, wo irgendwie Nadelbäume wachsen. Am liebsten unter Kiefern, aber auch unter anderen Bäumen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Fichten. Der Pilz sieht erstmal sehr auffällig aus. Wir sehen irgendwie, es gibt so einen gelb-orangenen Rand vom Hut und mittig wird es dann eher so rostbraun. Von der Oberfläche her ist es so ein bisschen wellig, hügelig irgendwie. Und hier sind auch so kleinere Teile von Fruchtkörpern. Das ist irgendwie so verwachsen, so ganz eigenartig. Dieser ganz große Fruchtkörper, den wir hier sehen, dieser große Hut, der hat so was von einem Teller irgendwie, von der Form. Auf der Unterseite haben wir dann Röhren. Die sind im jungen Zustand so ein bisschen gelblich. Und wenn man die so andrückt, mit einem Finger oder so, dann werden die auch braun. Jetzt sind sie aber im Alter schon komplett braun, so rostbraun. Und wir haben auch einen braunen Stiel. Der Pilz ist sehr, sehr farbenfroh, so an sich. Und das kann man sich auch zunutze machen, denn es ist tatsächlich ein Pilz, den man benutzen kann, um zum Beispiel Wolle zu färben. In Gelb oder in Braun. Je nachdem, wie man weitermacht, mit welchen Schritten. Der Farbstoff, dieser gelb-braune Farbstoff, der da drin ist, ist auch so in in vitro versuchen als stark antioxidativ schon mal so untersucht worden. Also ganz spannend auf jeden Fall, was der Pilz so schon mal kann. Was er jetzt hier in der Natur tut, ist jetzt nicht so super freundlich vielleicht. Ja, denn er tötet auf jeden Fall. Also ist ein eiskalter Mörder. Denn der ist jetzt hier auf einer Wurzel von der Fichte. Die wächst hier hinter mir. Die ist noch relativ jung in dem Fall. Und von der Wurzel dringt das Pilzmycel so langsam in das Kernholz ein von dem Baum. Und da löst es dann Braunfäule aus. In unserem Buch mittendrin im Draußen haben wir ja auch mal über Braunfäule geschrieben. Ist ja ein sehr spannender Prozess, was da alles passiert. Kann man ja auch teilweise selber sehen im Wald, wie das dann aussieht. Das macht er also. Der tötet Bäume, ist ein Parasit und verdaut die von innen nach außen. Es gibt aber noch was interessantes über den. Er ist jetzt nicht essbar. Und da könnte man sagen, er ist nicht essbar, langweilig. Aber das ist nie der Fall bei der Natur. Auch Dinge, die nicht essbar sind, sind super spannend. Hier hat man mal Versuche gemacht. Und zwar mit Blei. Da gibt es jetzt eine längere Geschichte zu. Und zwar wurde ja so ab den 1920ern ungefähr, Blei in Benzin zugesetzt. Als Antiklopfmittel. Und das wurde in verschiedenen Formen damit dazugegeben. Da kam Tetraethylblei, Tetramethylblei, Trimethylblei, alles mögliche. Und dieses Trimethylblei, was in das Benzin zugesetzt wurde, das kann dieser Pilz hier zersetzen. Und das ist sehr sehr wichtig, denn diese Zersetzungsprodukte kann man dann mit anderen Verfahren wieder weiterverarbeiten. Denn diese Zugabe von Blei ins Benzin hat ziemlich fatale Folgen gehabt. Für die Umwelt und auch für die ganze Gesellschaft weltweit. Diese ganzen Stoffe, die ich jetzt genannt habe, die sind ja im Benzin so drin gewesen. Und wenn jetzt Benzin in die Umwelt gelangt ist, durch irgendwelche leckenden Tanks oder auch Frachterunglücke, sonst was alles. Also es kommt schon öfter mal Benzin in die Umwelt. Dann sind halt auch diese Stoffe in der Umwelt. Und die muss man da irgendwie rauskriegen und irgendwie beseitigen. Dahingehend wurde dieser Pilz mal so ein bisschen untersucht. Das war das eine. Und was natürlich diese Bleigeschichte noch ausgelöst hat, ist, dass wenn das Blei dann verbrannt wird, entsteht zum Beispiel Bleioxid. Und das wurde von den Menschen über viele Jahre dann auch eingeatmet. Und das ist sehr schädlich fürs Nervensystem. Und es gibt mittlerweile einige Studien, größere Studien, die auch so ein bisschen sagen, es könnte einen Zusammenhang geben zwischen höherer Kriminalität in der Zeit, wo viel Blei im Benzin war. Also da gibt es so Kurven, wo man so sehen kann, wo die Konzentration besonders hoch war. Und das Blei im Benzin ist ja final jetzt zum Beispiel in Deutschland erst seit den 90er Jahren verboten. Bis dahin gab es immer noch kleinere Mengen Blei, teilweise im Superbenzin. Also ziemlich fatale Geschichte. Und hier haben wir einen Pilz, wo man mal experimentell versucht hat, eines dieser Bestandteile, die da mit drin waren, ein bisschen zu zersetzen. Und das hat anscheinend auch zu einem gewissen Grade geklappt. Also hier der Kiefern-Braunpauling. Ja, ein Pilz, der mehr kann, als man vielleicht auf den ersten Blick denken mag. Kommen wir mal zum Sponsor vom heutigen Video. Und das ist CyberGhost. CyberGhost ist ein VPN-Service, mit dem ihr eure IP-Adresse verschlüsseln könnt. Wenn ihr zum Beispiel auf eine Webseite geht, kann diese so nicht mehr eure persönliche IP-Adresse sehen. Das kann nützlich sein, wenn ihr zum Beispiel Geoblocking umgehen wollt. Denn nicht alle Filme, Serien oder auch Sportübertragung sind immer in allen Ländern uneingeschränkt verfügbar. Mit Hilfe von CyberGhost könnt ihr dieses Geoblocking ganz einfach umgehen. Ihr habt Zugriff auf 8100 Server in 91 Ländern. Wenn ihr zum Beispiel eine Serie sehen wollt, die nur für den amerikanischen Markt verfügbar ist, könnt ihr euch so einfach eine amerikanische IP-Adresse aussuchen und dann die Inhalte ganz uneingeschränkt genießen. Wir freuen uns zum Beispiel schon ganz besonders auf die Serie The Rehearsal von und mit Nathan Fielder. Davon, dass wir uns diese Serie anschauen, bekommt CyberGhost allerdings überhaupt nichts mit, denn sie haben eine strikte No-Lock-Policy. Schon über 38 Millionen Menschen weltweit nutzen CyberGhost und die sind auch zufrieden, denn CyberGhost hat eine 5-Sterne-Bewertung auf Trustpilot. Außerdem bietet euch CyberGhost einen 24-7 Support an und zwar in deutscher Sprache. CyberGhost funktioniert auf allen gängigen Plattformen, also zum Beispiel auf Windows, iOS oder Android. Und ihr könnt einen Account auf bis zu sieben Geräten nutzen. Und wenn ihr gar keine sieben Geräte habt, könnt ihr den Account zum Beispiel auch mit Freunden oder Familie teilen. Wenn ihr jetzt CyberGhost ausprobieren wollt, dann benutzt unbedingt den Link in der Videobeschreibung. Denn dann, aber auch nur dann, bekommt ihr 84% Rabatt. Das heißt, ihr zahlt nur noch 1,94 pro Monat und kriegt noch vier Monate gratis obendrauf. Und dann kriegt ihr auch noch eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Hier am Wegesrand blüht es jetzt überall wunderbar weiß und die Fliegen schwirren hier umher. Und es ist jetzt nicht etwa, weil hier irgendwie sonst was, irgendwie ein Kadaver liegt oder irgendwelche Exkremente. Ne, die Fliegen sind schon wegen diesen wunderbaren weißen Blüten hier. Hier blüht jetzt nämlich das Sumpfherzblatt. Das ist eine schöne kleine Pflanze, die so feuchtere Standorte gerne mag. Zum Beispiel so Moore oder auch so Feuchtwiesen. Hier in der Nähe ist auch wie so eine kleine Quelle, wo sozusagen das Wasser sich hier so verteilt auf dem Hang und es dadurch so ein bisschen feuchter ist. Ja, solche Standorte. Und jetzt ist so die Blütezeit im Hochsommer. Und wir erkennen die Pflanze daran erstmal, wir haben so eine Blattrosette mit kurzen Stielen und so meist so eher eiförmigen Blättern dran, so ein bisschen hellgrün. Und dann geht daraus eben ein Stängel weit nach oben, oft so 20 Zentimeter. Und an dem Stängel ist meist ein einzelnes Stängelblatt, was eben so ganz markant herzförmig ist und wahrscheinlich auch namensgebend ist. Und oben haben wir dann diese wunderbare weiße Blüte. Die ist sehr, sehr spannend. Zum einen haben wir da diese Staubbeutel. Und man kann sehen, wie jeden Tag ein Staubbeutel von innen nach außen geht. Und das passiert dann so lange, bis alle Staubbeutel sozusagen nach außen gegangen sind, so viele Tage. Und erst dann öffnen sich innen die Narben. Das ist also so ein Bestäubungsmechanismus. Und die Pflanze verströmt so einen gewissen Duft, vor allen Dingen eben wahrnehmbar sehr gut für Fliegen. Ein Duft, als ob es da sehr, sehr viel Nektar gäbe. Und dann hat sie auch noch so gelbliche Köpfchen, die aber aussehen wie Nektartropfen. Das sind aber keine Nektartropfen. Auch ein bisschen eine Täuschung. Denn es gibt tatsächlich nur sehr, sehr wenig Nektar eigentlich in dieser Pflanze zu holen. Aber sie tut halt so nach dem Motto, hier gibt es Nektar ohne Ende. Also alle Fliegen bloß hierher kommen. Und dementsprechend kommen die Fliegen auch. Wirklich in allen Größen und Formen. Also wer fliegen mag, wird sich bei dieser Pflanze hier wahrscheinlich wohlführend. Da kann man wirklich viele Fliegenarten entdecken. Was die Blüte auch noch kann, dass sie einfach ein tolles Zusammenspiel hat. So ein bisschen mit der Sonne, mit ihrer Form und Farbe und so. Denn die Blüte kann bis zu drei Grad wärmer werden als die Umgebung. Ja, also das ist auch für manche Insekten dann wiederum attraktiv, so ein bisschen um sich aufzuwärmen, so einen Ort zu haben. Das ist ja auch was Schönes. So eine sehr, sehr spannende Pflanze, die leider sehr, sehr selten geworden ist durch Trockenlegung von Mooren oder auch Trockenlegung von Feuchtwiesen. Ja, so das übliche Dilemma haben wir da halt am Start. Früher hat man die Pflanze auch ein bisschen genutzt mal. Ja, so experimentell zum Beispiel bei Leberleiden oder Nierenleiden. Hat sich aber auch nie richtig durchgesetzt und sollte man jetzt auf jeden Fall auch gar nicht mehr tun. Denn wie gesagt, sie ist viel zu selten, um da irgendwas mitzumachen. Aber sie mal so sehen an feuchten Standorten, das kann man mit etwas Glück, wenn man jetzt im Sommer die Augen offen hält. Am gleichen Standort wächst hier auch das Fettkraut, also auch das kann man an solchen Standorten finden. Auch eine sehr spannende Pflanze, denn es ist auch eine sehr spannende Pflanze, es ist eine fleischfressende Pflanze. Wir haben euch ja nun kürzlich erst den Sonnentauf vorgestellt. Und damit haben wir jetzt eine weitere fleischfressende Pflanze, die man hier auch finden kann. Die mag auch so feuchte Standorte, ja, eben auch so Feuchtwiesen, Moore und sowas alles. Und das Fettkraut zeichnet sich dadurch aus, dass wir so längliche, sehr hellgrüne Blätter haben, die aus der Ferne betrachtet recht schlicht daherkommen, ja, gar nicht so auffällig sind. Aber sie sind doch sehr, sehr verlockend auch mal wieder für viele Insekten, dass sie darauf landen. Und wenn sie darauf landen, werden sie relativ schnell feststellen so, tja, jetzt bin ich hier wohl kleben geblieben. Also das ist so ein bisschen, ja, man kennt ja noch diese alten, diese Streifen, die man teilweise vor allen Dingen früher oft als Fliegenpfeilen in die Wohnung gehangen hat, diese gelblichen. Und das ist so ein bisschen das Äquivalent der Natur dazu, die hat es schon längst vorher erfunden. Da landen nun also die Insekten drauf, bleiben kleben und werden dann eben verdaut. Auf einem Blatt können bis zu 40.000 Verdauungsdrüsen sein, die dann eben alle möglichen Enzyme abgeben und sowas, um das Insekt zu verdauen. Das Blatt kann sich dazu auch noch ein bisschen einrollen, teilweise so vom Rand her, dass also möglichst viele Drüsen mit dem Insekt in Verbindung geraten, ja, dass es da wirklich möglichst effizient verdaut wird. So läuft das Ganze und da gibt es auch so ein paar Untersuchungen, die zeigen, eine Pflanze, die viele Insekten fängt, kann bis zu 60% größer werden und besser wachsen als eine Pflanze, die keine Insekten fängt. Ja, also es ist schon auch recht wichtig für die Pflanze, vielleicht nicht ganz so essentiell wie beim Sonnentau, der Insektenfang, aber schon nicht ohne. Die Pflanze fängt aber auch Pollen, also wahrscheinlich ist sie jetzt gar nicht so 100% Carnivor, sondern schon auch so ein bisschen omnivor. Da gibt es also auch Untersuchungen, wie ja auch schon beim Sonnentau mittlerweile, ja, dass man eben festgestellt hat, okay, die kann auch doch einen recht beträchtlichen Anteil ihrer Ernährung durch Pollen ausmachen. Ja, und man kann die Pflanze tatsächlich auch als Zimmerpflanze halten. Da sollte man natürlich auf gar keinen Fall jetzt irgendwo in der Natur welche sammeln, sondern welche aus der Zucht nehmen. Denn in der Natur ist das Fettkraut sehr, sehr selten geworden. Aber man kann sie als Zimmerpflanze halten und hat dann so eine Pflanze, die eben vielleicht auch mal die ein oder andere Mücke fängt oder mal eine Obstfliege. Bisher ganz praktisch, das zu haben. So, jetzt haben wir was Schönes gefunden. Hier ein Pilz mitten auf dem Weg tatsächlich, beziehungsweise, ja, auf so einem Moosstreifen auf dem Weg. Und es ist eine Hexe, oder? Cookie, was meinst du? Ja, ja, sieht nach einem zustimmenden Jahr aus. Genau, hier ist er, ein flockenstieliger Hexenrirling. Der wächst jetzt hier in so einem Wald, der so eine Mulde hat, ja, hier ist so ein bisschen tiefer in diesem Wald. Und hier hält sich die Feuchtigkeit immer sehr, sehr lange, ja, selbst bei Trockenheit haben wir festgestellt, hier in diesem Abschnitt ist es ja eigentlich fast immer trotzdem feucht, wenn es überall woanders schon längst trocken ist. Und dadurch gibt es dann hier auch immer Pilze eigentlich, ja, das ist natürlich ganz vorteilhaft, so eine Stelle zu haben. Und ja, hier ist ein Hexenrirling, wie man ihn kennt, so die wildlederartige Hutoberfläche, haben wir hier in braun. Dann haben wir unten die Röhren, die so ein bisschen rötlich aussehen, ja, die Poren vor allen Dingen so. Und der Stiel ist eigentlich gelb, sieht man hier so minimal an der Stielspitze, aber ganz viel rot überflockt ist er auch. Und der Pilz bläut, wenn man ihn anfasst, ja. Also ein Klassiker, einer der besten Speisepilze unter den Rirling, der kommt natürlich mit. Hier haben wir jetzt was besonders Schönes gefunden, am Fuß einer ziemlich alten Weißtanne, nämlich die breitblättrige Glucke. Ja, nicht zu verwechseln mit der Krausenglucke, die sieht sehr ähnlich aus, die hat auch solche Fächer, sieht auch so badeschwammmäßig aus, aber sie ist halt noch krauser, ja. Diese Fächer hier sind nicht ganz so kraus und das ist ein Pilz, der ist so weißlich, gelblich, ja, so leicht hellbräunlich, vielleicht auch ist ein Wurzelparasit. Der hat also das Mycel hier direkt an der Wurzel von dieser Weißtanne und ja, ist vielleicht gar nicht so nett zu der Weißtanne unbedingt, der Pilz. Dennoch sollte man diese Pilze eigentlich eher schonen, ja, die breitblättrigen Glucke zumindest auf jeden Fall. Denn in ganz vielen Orten stehen sie auf der roten Liste. Also wir haben so die Erfahrung jetzt gemacht mittlerweile, dass sie so im Mittelgebirge, zum Beispiel im Bayerischen Wald letztes Jahr oder auch hier im Schwarzwald, teilweise schon hin und wieder recht häufig mal zu finden sind. Aber im Großen und Ganzen sind sie doch sehr, sehr selten und gerade so im flacheren Land absolut selten, oft gar nicht vorhanden, ja. Die wachsen manchmal auch an Eichen oder auch an Fichten beispielsweise. Also eher ein schonenswerter Pilz, der theoretisch essbar wäre, aber jetzt auch nicht ganz so gut ist wie die Krauseglucke. Und die Krauseglucke, die findet man ja dann eher unter Kiefern klassischerweise, ja. Und die ist ja viel, viel häufiger, ja, teilweise sogar sehr häufig. Also da kann man wunderbar sammeln. Aber man sollte vielleicht sich mal beide so im Vergleich auch mal auf Bildern anschauen, dass man sie unterscheiden kann. Und sich das bei der mit dem Sammeln hier auf jeden Fall gut überlegen, weil es ist ja schön, wenn die hier weiter im Habitat aussporen kann. Und sich hier so erhalten kann, diese Art. Ist ja auch was Tolles. Und optisch ist es natürlich auch eine absolute Freude, auf sie zu stoßen. Also hier die breitblättrige Glucke. Manchmal wird sie auch Bärenschädel genannt. Ja, auch ein sehr interessanter Name. Von der Farbe her sieht es schon ein bisschen aus wie ein Schädel irgendwie, aber so viel Bär sieht man da jetzt nicht unbedingt. Also vielleicht, wenn man die falschen Pilze gegessen hat oder so, könnte es mal klappen, dass man da auch einen Bär sieht. Aber sonst eher wahrscheinlich nicht. Hier haben wir jetzt was sehr Schönes gefunden. Zum einen Gräser. Also Cookie, die interessiert sich sehr für Gräser, wie wir festgestellt haben mittlerweile. Und unsere Spezialität sind ja jetzt eigentlich eher so die Pilze. Und da gibt es jetzt hier auch welche. Nämlich Pfifferlinge. Ja, genau hier. Der Standort ist sehr speziell, aber das ist jetzt auch ein guter Tipp, um mal so bei etwas trockenerem Wetter auch nach Pilzen zu suchen. Wir haben hier nämlich einen Forstweg. Der ist sehr breit, geschottert, platt gefahren. Da wächst nichts drauf. Aber jetzt hier, wo ich hocke, ist eben neben dem Weg so eine Rinne, wo so Wasser ablaufen soll, so Regenwasser, wenn es dann mal regnen würde. Und das tut es ja nur sehr selten, immer mal so ein Gewitterguss vielleicht oder sowas. Aber dank dieser Rinne ist hier dann so rund um die Rinne ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Und wo es dann hier so hoch geht, in den Wald rein wieder, da wachsen jetzt hier eben Pfifferlinge. Hier haben wir was oder hier ist auch noch zum Beispiel einer. Und hier sind halt einige, die sich jetzt hier so ein bisschen verstecken. Und an der anderen Stelle, weiter jetzt hier hinter uns, haben wir auch welche noch gefunden. Auch genau an so einem Standort haben wir gerade Täublinge gesehen. Die waren allerdings sehr scharf und nicht essbar. Also das sind jetzt so gute Orte, wo man gucken kann, dass man wirklich jetzt umschaut, wenn man bei so nicht so idealen Bedingungen nach Pilzen sucht. Dass man halt schaut, wo gibt es irgendwo vielleicht zu senken in den Wäldern. Oder eben sowas hier, solche Rinnen mit solchen Böschungen. Da könnte es vielleicht auch was geben. Also so ein bisschen denken, wie so das Wasser vielleicht läuft. So ein bisschen versuchen, mental die Wege nachzuvollziehen. Und sich dann so ein bisschen am imaginären Wasser orientieren. Wo es sein könnte oder mal gewesen wäre, das Wasser. Da sind dann vielleicht auch mit etwas Glück immer noch Pilze zu finden. Auch bei trockeneren Bedingungen. Wer kennt sie nicht? Die Telenovela GHSH. Guter Heinrich, schlechter Heinrich. Bei uns gibt es ja nur heile Welt Content. Deswegen zeigen wir euch auch nur den guten Heinrich. Hier wächst er mitten auf so einem Weg hier, an so einem Kahlschlag eigentlich weitestgehend. Das ist eine sehr, sehr spannende Pflanze. Sie wird ja teilweise auch wilder Spinat genannt. Das lässt so ein bisschen vielleicht vermuten. Das ist bestimmt die Ursprungsform vom Spinat. Ist es aber nicht, denn der Spinat, der echte Spinat, der kommt eigentlich so aus Asien und wurde da aus anderen Arten herangezüchtet. Es sind aber beides Fuchsschwanzgewächse. Also verwandt sind die Arten schon miteinander in gewisser Weise. Der gute Heinrich hat eine sehr spannende Geschichte. Denn ursprünglich war diese Pflanze nur so in den Alpen zu finden, auf Weiden. Also da, wo auch ruhig mal ein bisschen gekotet wird von Kühen und sowas, wo der Boden gedüngt ist, da hat man das gefunden. Wir Menschen haben es aber geschafft dann in der Geschichte, diese Pflanze auch ins Tiefland zu holen. Und zwar so im Umkreis eigentlich immer von menschlicher Kultur, also so Dörfern und sowas. So an Wegesrändern oder so wie hier auch mal mitten auf dem Weg, an Säunen, an Mauern. Ja, so im Orbit von Bauerngärten und sowas alles. Das war so eine Ruderalpflanze, so eine Pionierpflanze, die sich eben an solchen Stellen irgendwie wohlgefühlt hat, wo Menschen mal so ein bisschen rumwirbeln und so. Da kamen die. Mittlerweile haben wir es aber wiederum geschafft, die Pflanze schon in manchen Bundesländern wieder fast zum Aussterben zu bringen und in anderen ganz selten zu machen. Denn unsere Vorliebe für Ordnung und Geradlinigkeit und sowas alles, die ist halt zu einem Problem geworden. Denn die Pflanze wächst schon gerne auf dem Weg. Aber vielleicht eher so ein Weg, wo man mal dreimal hin und her läuft, ein paar Steine raufschmeißt und sagt, so das ist jetzt hier ein Weg. Aber nicht so ein Weg, wo man dann mit irgendwelchen Walzen drüber fährt und alles zu pflastert und verdichtet, verdichtet, verdichtet und versiegelt und all sowas. Dann nicht mehr. Und auch nicht da, wo man immer mit dem Rasenmäher ständig hin und her geht. Das ist halt zum Problem geworden für die Pflanze tatsächlich. Also deswegen ist sie jetzt schon wieder ziemlich selten geworden. War mal anders. Sie lässt sich aber eigentlich nahezu identisch auch wie Spinat nutzen tatsächlich. Sie enthält auch ähnliche Inhaltsstoffe, viel Vitamin C und Eisen, aber auch Oxalsäure. Da sollte man wiederum auch drauf achten, wenn man das verzehrt, dass man auch nicht zu viel isst. Früher war es also eine super beliebte Pflanze, vielleicht sogar beliebter mal als der echte Spinat. Denn diese Pflanze hier wuchs halt in so Bauerngärten von ganz alleine. Da musste man gar nichts für machen oft. Den Spinat musste man extra anpflanzen. Die hier eben nicht. Die wuchs vielleicht so am Zaun oder sowas. Also ganz spannend. Man kann theoretisch, sollte man jetzt vielleicht gar nicht mehr unbedingt tun, wie gesagt in manchen Bundesländern super selten, die Blätter ernten. Vor allen Dingen vor der Blüte. Die Pflanze blüht eigentlich das ganze Jahr lang. Zumindest in der Vegetationsperiode. Da kommen auch immer mal wieder neue. Hier haben wir auch blühende Pflanzen und nicht blühende Pflanzen zusammen. Bei den nicht blühenden kann man eben die Blätter nehmen und ganz klassisch wie Spinat zubereiten. Man kann aber auch Stängel sowie Spargel zubereiten und wohl auch die Blüten dünnsten wie Brokkoli. Das haben wir auch noch nicht probiert selber. Da geht an und für sich einiges. Man kann die auch super im Garten natürlich anpflanzen. Ist dann sehr pflegeleicht. Auch die Samen kann man nutzen, aber die enthalten recht viele Saponine. Die muss man also auf jeden Fall auswaschen. Die Samen also über Nacht wässern oder sowas, dass die überhaupt verträglich werden. Früher hat man die Pflanze auch so zur Wundheilung verwendet. Jetzt natürlich nochmal eine ganz wichtige Frage. Wie sieht die Pflanze überhaupt aus? Wir schauen uns jetzt mal ein Blatt an. Sehr auffällig. Wir haben sehr sehr lange Blätter. Nur das Blatt an sich kann locker 10 cm in der Länge haben oder mehr. Kann auch manchmal so breit sein. Und wir haben so eine ganz markante Form, wie so ein Spieß oder so was. Oder auch teilweise so eine Pfeilspitze sieht das irgendwie aus. Also sehr markante Form und sehr sehr groß auch. Wir haben so Stängel, die können mal nur so 10 cm in der Höhe sein. Vielleicht aber auch mal fast einen ganzen Meter. Obendran finden wir dann eben diese Blütenknäule, die so ein bisschen Rispen ähnlich angeordnet sind. Recht kleine Blüten sind es so, oft nur ein paar Millimeter groß. Aber sehr sehr viele, die mit Windbestäubung arbeiten. Was ich jetzt auch bemerke, wenn ich das Blatt eine Weile in den Fingern habe, die Finger werden klebrig so ein bisschen. Auch das ist ein typisches Merkmal, was bei der Pflanze ausgeprägt sein kann. Was auch noch wichtig ist zu beachten, man kann die Pflanze super leicht verwechseln. Zum Beispiel mit dem sehr giftigen Aaronstab. Von der Blattform her super ähnlich. Also da sollte man wirklich sehr sehr gut aufpassen. Sonst kann man sich da wirklich übel vergiften. Sommerzeit ist auch Zeit der Früchte. Aber nicht nur Früchte wie jetzt so bekanntes Wildobst, sondern eben auch Früchte in Form von Samen vielleicht. Hier haben wir jetzt mitten auf dem Weg ganz, ganz viel Breitwegerich wachsen. Also wirklich über Meter hinweg. Hier fast eine Monokultur, die hier auf natürliche Weise entstanden ist. Und da kann man jetzt diese langen Rispen sammeln. Wir haben hier schon ein ganzes Glas voll gemacht. Die sind jetzt so bräunlich. Oder man sollte sie bräunlich sammeln. Und da kann man dann eben die Samen so einfach abstreifen. Und da kommen dann auch ein paar Schalen so mit. Also so ein paar äußere Häute, sowas alles mit auf die Hand. Aber eben auch ganz viele Samen vom Breitwegerich. Und die lassen sich genauso einsetzen wie Flohsamen. Die indischen Flohsamen, das ist auch eine ganz verwandte Art tatsächlich zu dem Breitwegerich hier. Und die Breitwegerichsamen haben eben auch so ein ähnliches Quellverhalten. Ja, dass die so ein bisschen, wenn man die in Wasser aufquellen lässt, eben so ein bisschen schleimig werden und so. Und man hat diese typische Sache eben, was man sich ja zunutze machen kann, wenn man zum Beispiel Verdauungsbeschwerden hat. Ja, oder irgendwie einfach mehr Ballaststoffe zu sich nehmen möchte, weil man da vielleicht irgendwie zu wenig zu sich nimmt oder so. Hat man hier eine gute Möglichkeit. Man kann die natürlich auch ganz wunderbar in Brote mit reinbacken, dann diese Samen. Dann hat man eben besonders ballaststoffreiche Brote. Und ja, wir erkennen den Breitwegerich am Standort. Der Name verrät es uns schon, der wächst gerne an oder auf Wegen. Und wir haben sehr markante Blätter, die also so rundlich sind und diese ganz markanten Längsadern aufweisen. Und ja, da ist der eigentlich schon ganz gut bestimmt. In Kombination dann mit diesen ganz langen Rispen hier mit den Samen dran. Da kann man kaum falsch liegen. Also das ist ganz gut. Eine recht einfache Pflanze und eben etwas Tolles, was man jetzt ernten kann. Egal, ob es regnet oder die Sonne scheint oder wie auch immer. Ja gut, bei Regen vielleicht nicht unbedingt. Dann sind sie sehr nass. Aber so theoretisch kann man jetzt im Sommer das immer ernten. Cookie fröhnt ihrer Liebe nach Gras. Aber wir sammeln hier auch noch was anderes für sie, nämlich ein bisschen Löwenzahn. Ja, den kriegt nicht nur sie, den werden wir uns teilen mit ihr wahrscheinlich. Es gibt immer noch Löwenzahnblätter natürlich. Die gibt es eigentlich auch fast die ganze Vegetationsperiode über. Die sind jetzt vielleicht zum Teil manchmal ein bisschen bitterer als so ganz im Frühjahr. Aber es sind auch immer noch viele schöne, frische Jüngere mit dabei. Also da kann man tolle Sachen immer noch sammeln. Und ja, auch Hunde freuen sich teilweise über so kleine Mengen. Wir können ja jetzt nicht übertreiben, jetzt hier nicht so eine ganze Handvoll ins Futter machen. Aber so ein ganz kleines bisschen im Futter mag sie auf jeden Fall ganz gerne. Und wir freuen uns natürlich auch über so ein ganz kleines bisschen davon im Salat oder so. Einfach was wunderbares. Der Löwenzahn. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut auf jeden Fall unser Porträt zu dieser tollen Pflanze auch noch an. Hier haben wir ein Gewächs. Das sieht schon so ein bisschen vertrocknet aus. Und man würde jetzt auf den ersten Blick gar nicht mehr denken, dass man damit nur noch irgendwas machen kann. Aber ganz im Gegenteil. Auch hier kann man jetzt Samen ernten. Das ist der Wiesenbärenklau. Eine Pflanze, wo man sehr, sehr gut auch aufpassen muss bei der Bestimmung. Es ist ein Deudenblütler. Es gibt viele tödlich giftige Deudenblütler auch. Zum Beispiel den gefleckten Schierling. Also da müsst ihr ganz doll aufpassen. Die kann man jetzt nicht alle aufzählen leider. Was wir euch empfehlen könnten, ist unser Porträt zum Wiesenbärenklau zum Beispiel mal zu gucken. Oder ihr guckt mal im Frühjahr dieses Jahr. Da haben wir in einem Sammelvideo den auch schon mal gezeigt. Ja, das lohnt sich auch immer ältere Videos von uns anzuschauen. Auch aus anderen Jahreszeiten. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt angekommen, wo wir hier Samen haben. Die auch schon so ein bisschen getrocknet sind von der Sonne. Also perfekt erntereif. Und die sind so ein bisschen eiförmig, könnte man sagen. Und so ganz platt gedrückt. Und die haben einen sehr intensiven Geschmack. Also wenn man die einsetzt als Gewürz. Ja, das kann man nämlich halt tun. Muss man auf jeden Fall sich vorsichtig rantasten. Da sind super viele ätherische Öle drin. Das merkt man einfach direkt. Ja, das ist sehr interessant. Eignet sich zum Beispiel auch für ein Brot. Also wenn wir jetzt schon die Samen vom Breitwegerich haben. Ja, die eher so ein Ballaststoff sind. Haben wir jetzt hier eher ein Brotgewürz vielleicht. Was ganz tolles. Aber wie gesagt, gut aufpassen bei der Bestimmung. Ja, wirklich Merkmal für Merkmal. Und wenn man sich da nicht sicher ist, dann einfach lassen. Nochmal ein Jahr warten. Oder nochmal zwei Jahre warten. Ja, bei solchen Sachen. Die Pflanzen rennen ja nicht weg. Die kommen ja jedes Jahr wieder. Also da kann man sich dann auch wirklich Zeit lassen. Und nicht vergessen. Holt euch unseren Kalender. Wilde Wunder vor der Haustür. Und unser Buch mittendrin im draußen. Und jetzt blüht es hier so im Hintergrund. Wunderschön weiß und groß. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das ist. Im nächsten Sammelvideo werden wir es dann auflösen. Und wenn ihr einen tollen VPN-Service wollt, mit dem ihr zum Beispiel Geoblocking umgehen könnt. Und das für nur 1,94 im Monat. Dann schaut auf jeden Fall mal bei unserem Sponsor CyberGhost vorbei. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt gibt es noch eine Empfehlung. Ganz wichtig. Hier diese Playlist. Da kann man alles sehen, was es jetzt so im August zu finden gibt. Oder dieses Video. Das ist auch sehr, sehr gut. Und dann bis bald im Wald.